Musik So, willkommen zu einer neuen Folge Pechkeks Adventskalender, grausige Weihnachten Und ich komme gerade von draußen frisch zur Tür reingequetscht und die Brille beschlägt, die Kutte ist nass Und wir öffnen heute das Türchen Nummer 11 für euch, mal schauen was da heute drin ist Wow, wir zoomen mal hier rüber Und was haben wir da? Einen bösen, kriminellen Weihnachtselch So, nochmal so, den werden wir jetzt mal hier aufmachen Ich sehe einfach nichts Und das nächste Tütchen Hier kannst du es wenigstens kommen sehen Hm, das kennen wir ja Aber erstmal die Tüte auf Und gestern habe ich einen ganz großen Fehler gemacht Aber dazu gleich mehr So, da wieder der Keks Wieder pechschwarz Aufgebrochen Rausgeknuspert Und dann haben wir hier ein Ich kann es einfach nicht lesen Ich muss erstmal die Brille So Und jetzt können wir es lesen Es ist noch nicht aller Tage Abend Leider Hey Da muss ich sagen, ich finde es abends auch immer cooler als tagsüber Weil Dunkelheit und so Pechraben schwarz So muss es sein Denn nachts sind auch alle Katzen grau Und gestern habe ich einen richtig krassen Fehler gemacht Gestern habe ich nämlich vergessen den Keks zu essen Und habe einfach die Folge ausgemacht Jetzt bin ich aber da Und heute ist der Keks wieder am Start Wie konnte ich nur Oh mein Gott, bitte vergebt mir Und dafür schmeckt er heute doppelt so lecker Das passt aber von jetzt Und wir sehen uns morgen bei Türchen Nummer 12 Und bis dahin Peace out Vorhaut Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal